Was geht ab, Leute? Euer Fripsys hier und zwar heute mit einem neuen Video. Heute in diesem Video geht es auf jeden Fall um die Season 6. Ich wollte einfach mal ganz kurz mein Fazit zu der ganzen Season euch mitteilen. Wolltet ihr das natürlich dann mit euch besprechen, dann in den Kommentaren eventuell. Und ich persönlich muss auf jeden Fall mal ganz am Anfang sagen, Leute, dass es natürlich wirklich nur meine Meinung ist. Nicht jeder von euch muss damit übereinstimmen. Es kann ja sein, dass ihr eine andere Meinung vertretet, aber das ist absolut in Ordnung. Ihr könnt gerne mal eure Meinung zu den einzelnen Punkten in die Kommentare reinschreiben. Und dann können wir halt, wie ich bereits schon gesagt habe, eventuell diskutieren. Ich würde auch schon sagen, Leute, lasst mir gerne einen Daumen, da vielleicht schaffen wir die 27 Likes hier auf dem Video. Und vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Das würde mich mega freuen. Außerdem, Leute, was mich auch bombastisch freuen würde, ist, wenn ihr, wie gesagt, eure Meinung unten in die Kommentare reinschreibt. Starten wir aber jetzt mal direkt mit dem eigentlichen Video. Let's go! So, Freunde, als allererstes möchte ich mal zu dem Zeitpunkt, ja, reden, wo halt die Season 6 noch nicht erschienen ist. Und zwar zwei, drei Tage davor. Ihr wisst ja, vier Tage, bevor die Season wirklich angefangen hat, gab es ja dieses Loot Lake Event. Das heißt, der Würfel ist dort ins Wasser gegangen. Ich habe ja auch gesagt gehabt, dass der Würfel nicht sich aufgelöst hat, sondern er campt dort unten irgendwo und er wird wahrscheinlich irgendwie da rauskommen und irgendwas wird da auf jeden Fall passieren. Dann war es ja wirklich so, Leute, dass die Season halt angefangen hat und das ist das passiert, was jetzt nochmal passiert ist. Aber was ich einfach nicht gut fand, ist, dass dieses Event, das passiert ist, als Trailer veröffentlicht worden ist. Das heißt, als kleines Video, das wir uns anschauen konnten, ich persönlich würde es viel besser finden, wenn wir genau diese Aktion, die wir gesehen haben, die im Trailer geschehen ist, wenn wir das ingame gesehen hätten. Wisst ihr, was da mit Fortnite passiert wäre, Leute? So viele Leute da draußen würden übertriebens krass durchdrehen und hätten sich gedacht, Bro, what the fuck? Ich persönlich finde auch, dass es mega geil war, was passiert ist. Klar, es ist mega nice, mal sowas anderes zu sehen, sage ich jetzt mal. Wir sehen da irgendeine Insel, die da durch die Gegend schwebt und es ist ja auch bereits bekannt, dass dieser Würfel dort größer wird. Dann wird dieser Würfel durch die Gegend nochmal fliegen. Das ist ja alles bereits bekannt und deswegen finde ich das auf jeden Fall schon recht interessant, was da jetzt passieren wird. Aber ich finde auch, dass einfach viel zu wenig Promo gemacht worden ist in dieser ganzen Zeit. Es gab einfach nur einen Würfel. Damals, als der Würfel kam, war so die einzigste coole Zeit, finde ich. Und dann nochmal, als das Event halt stattgefunden hat, davor aber und danach, hat es eigentlich niemanden mehr interessiert, ob der Würfel jetzt da ist oder nicht. Das fand ich einfach ein bisschen schade, das heißt, vor der Season 6 haben sie meiner Meinung nach viel zu wenig Promo dafür gemacht und viel zu wenige Sachen eingeführt, probiert und so weiter. Das fand ich einfach persönlich sehr, sehr schade. Dann, Leute, als natürlich die Season rausgekommen ist, hat man sich damit abgefunden und fand natürlich das als allererstes mal mega geil. Es gab mega coole Location, wie beispielsweise einfach die abgestorbenen Flächen, dann gab es nochmal diese Insel, die halt dort schwebt und dann gab es da noch neue Items, wie beispielsweise dieser komische Würfel. Dazu aber später mehr. An sich war es auf den ersten Blick, sage ich jetzt mal, mega nice. Auch die Skins und so weiter fand ich mega cool. Also wir kommen mal ganz kurz zum Battle Pass. Im Battle Pass an sich fand ich geil. Also da hat sich das Geld auf jeden Fall gelohnt. Da kann ich jetzt nicht mich wirklich beschweren. Mega geil fand ich die ganzen Skins. Die Skins sind mega abwechslungsreich, sind interessant und es gibt auch Halloween basierte Sachen. Was ich wiederum noch, noch, noch geiler finde ist, dass wir jetzt die Skins haben, die wir aufrüsten können. Nur das krasse an den Skins ist, Leute, dass ich die persönlich übertrieben feiere. Die ganzen Skins, die man aufrüsten kann, also einmal die Ramirez, also Calamity und einmal diesen letzten Typen da, diesen Ben, also den Wolf. Den kann man ja auch mega krass upgraden und ich finde die Upgrade-Stufen mega geil. Und was auch super geil ist, Leute, ist, dass wir jetzt auch Hüte wechseln können bei dem Calamity-Skin und wir bekommen wieder kostenlose Spitzhacken. Beim Calamity-Skin und beim Wolf bekommen wir so ein Samurai-Schwert, was natürlich mega, mega nice ist. Also die zwei Haupt-Skins finde ich mega geil. Dann muss ich natürlich sagen, dass die Zwischen-Skins auch geil sind. Den Tomaten-Skin feiere ich jetzt nicht so krass, aber die Halloween-Frau ist mega geil. Dann haben wir ja noch diesen einen, also Rotkäppchen ist auch in Ordnung. Dann haben wir noch diesen einen komischen Lama-Typen da und zwar den Aufgesattelte heißt, glaube ich. Den finde ich mega in Ordnung und natürlich den DJ, den kann man sich auf jeden Fall auch geben. Auch mega, mega geil. Und Johns auch an sich, Leute, was da so drin dabei war, ist mega geil. Was ich jetzt auch super finde, ist, dass man jetzt diese Musik umändern kann. Das heißt, die OG-Musik kann man ja auch reinmachen. Was ein bisschen schade ist, ist natürlich, Leute, dass wir jetzt halt einen Battle Pass kaufen müssen, um sozusagen diese Musik anwenden zu können. Das finde ich leicht schade, aber ich meine, besser so als gar nicht. Ich meine, 90% gefühlt der Fortnite-Community kaufen sich ja den Battle Pass. Deswegen finde ich, dass das jetzt nicht weiter schlimm ist. Was wir aber auch noch ansprechen sollten, ist, Leute, dass ein bisschen schade war vom Battle Pass, dass jetzt wenige Spitzsacken und Gleiter da sind. Auch Emotes sind sehr wenige da. Fand ich jetzt ein bisschen schade, aber dafür kamen ja neue Sachen ins Spiel, wie beispielsweise diese Tomaten als Spielzeug. Oder allgemein, es gab jetzt coole Rücken-Accessoires, die man sich da nochmal freischalten konnte. Aber an sich hätte ich mir doch mehr Gleiter und Spitzsacken gewünscht. In der letzten Season beispielsweise war es viel, viel mehr, Leute, als in der jetzigen Season. Aber sonst im Großen und Ganzen finde ich auf jeden Fall den Battle Pass mega geil. Also da kann ich mich persönlich gar nicht beschweren. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich feiere das Ganze. Bin auch mega gespannt, wie das jetzt noch in Zukunft sein wird mit der Season 6. Die Season 6 geht insgesamt 70 Tage. Jetzt im Moment sind es nur noch 68 Tage. Das heißt, dann wird wahrscheinlich die nächste Season kommen. Mit der Season 7 kommt dann auch das Weihnachtsevent. Das heißt, in dieser Season, also in der Season 6, werden wir kein Weihnachtsevent mitmachen können. Wir müssen dann warten auf die Season 7. Aber dieses Thema von der jetzigen Season ist Halloween, düster, Schatten und halt der Würfel natürlich. Also das wird sozusagen das Thema sein. Es hat sich ja auch beispielsweise das Wetter geändert. Das ist jetzt so das Halloween-Wetter von damals ist jetzt wieder drin. Von letzten Halloween-Events ist so ein bisschen lila. Da ist so ein Sturm halt außerhalb. Das sieht halt mega mächtig und böse aus. Das feiere ich auf jeden Fall auch übelst dran. Dann, Leute, im Allgemeinen jetzt einfach mal komplett, um alles mal zu reden. Halloween-Event-Vorbereitungen, wie gesagt, finde ich mega geil mit diesem ganzen Wetter. Und allgemein auch mit diesen Halloween-basierten Sachen, wie beispielsweise diese Schloss-Spinnennetze sind überall. Es gibt einen Halloween-Laden in Retail-Row. All diese ganzen Kleinigkeiten gefallen mir einfach. Und by the way, es gibt ja auch ein paar Anzeichen, sage ich jetzt mal, dass der Roadtrip-Charakter, beziehungsweise es heißt ja nicht Roadtrip-Leute, das heißt ja hier Jagdgruppen-Charakter. Da denke ich mal, dass es auf jeden Fall auf jeden Fall ein Skulltrooper wird. Nur genau wie er aussieht, wissen wir leider noch nicht. Ich denke mal, das wird nicht der gleiche sein, den wir letztes Jahr gekauft haben, sondern es wird ein komplett anderer sein. Ein bisschen überarbeitet, denke ich mal. Aber auf jeden Fall wird es so circa gleich ausschauen. Beispielsweise haben wir auch in dem Battle Pass, ich sag mal, einen kleinen Banner, wo wir halt den Skulltrooper drauf sehen. Aber dort können wir auch erkennen, dass der leicht abgeändert ist als der normale. Deswegen gehe ich persönlich einfach davon aus, dass wir einen Skulltrooper bekommen werden. Nur er wird halt ein bisschen abgeändert sein. Und Jagdgruppe klingt so für mich, als ob irgendwelche Leute die Wölfe jagen wollen. Ihr wisst ja Leute, Wölfe wurden damals oftmals gejagt oder Hexen und so weiter. Und deswegen könnte es sein, dass irgendwas in die Richtung vielleicht kommt. Ich bin mir aber nicht sicher. Es könnte auch sein, dass irgendwie so was Historisches reinkommt. Aber das ist ein anderes Thema. Darum sollte es ja nicht unbedingt jetzt gehen. Was auch noch geil ist, wie gesagt, das Halloween-Event. Gefällt mir, dass das so vorbereitet wird. Ein bisschen schade finde ich, dass die Waffen entfernt worden sind. Klar, jetzt die ein oder anderen Waffen sind natürlich in Ordnung, dass sie entfernt worden sind. Aber was ich ein bisschen schade finde, ist doch, dass die schallgedämpften MPs raus sind und das leichte Maschinengewehr. Das finde ich einfach ein bisschen schade. Aber hey, das kann man verkraften. Das ist alles in Ordnung. Jetzt gibt es halt noch mehr Platz für neue Waffen. Und man hat jetzt nicht mehr so eine riesengroße Waffenauswahl. Das heißt, man weiß so circa, was man immer mitnimmt. Das finde ich auf jeden Fall mega nice. Dann, Leute, haben wir ein neues Item, und zwar die Schattensteine. Die Schattensteine feiere ich, also gefällt mir. Ist mal was Cooles, ist was Interessantes. Und das kann man auch auf jeden Fall benutzen, um neue taktische Sachen auszuprobieren. Das finde ich einfach mega geil. Also da kann ich mich auch nicht beschweren. Autonom das Season 6 Event, denke ich mal, wird mega geil. Ich denke mal, diese ganze Insel wird komplett durch die Karte gehen und wird halt alles verwüsten, was unter sich ist. Da bin ich auch mega gespannt darauf, was da nochmal genau passieren wird. Aber dazu dann im separaten Video mehr, beziehungsweise ich habe ja auch schon ein Video darüber gemacht. Das könnt ihr euch gerne anschauen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Außerdem, Leute, möchte ich jetzt einfach nochmal ganz kurz, ja, über die ganzen Probleme in Game reden, beim Spielen und so weiter. Und zwar, was ich mega schade fand, ist, dass wirklich die Probleme, die die Community aufgezählt hat, nicht, ja, angegangen sind, beziehungsweise da wurde nichts ausprobiert, nichts geändert. Beispielsweise, was ich sehr, sehr schade fand, ist, dass die Double Barrel einfach genervt worden ist. An sich ist die Double Barrel mega stark gewesen, klar. Aber es war so eine Abwechslung, da brauchte man dann einfach keine Pumpgun mehr oder man ist in den Nahkampf mit der Double Barrel gegangen und auf den Fernkampf ist man mit einer anderen Pump hingegangen. Das persönlich fand ich mega geil. Es hat mir mega Spaß gemacht. Ich habe gerne mit der Double Barrel gespielt. Ich weiß, dass sie auch auf jeden Fall viele gehetet haben. Aber ich finde doch, dass sie dann doch zu stark genervt worden ist. Es war kein minimaler Nerf. Da ging es wirklich um 20, 30 Schaden. Das finde ich auf jeden Fall natürlich ein bisschen schade. Jetzt ist es so, dass man wirklich beide Schüsse treffen muss, von der Double Barrel, bis der Gegner wirklich down geht, falls er 200% Leben hat, sofern man natürlich keinen Headshot gibt. Aber ein Headshot bei dieser Waffe ist doch recht schwieriger. Das aber wiederum ist auch ein anderes Thema. Und allgemein, die Probleme der Community sind nicht angegangen. Beispielsweise, dass die Pumpguns One Pump sein sollen und so weiter. Das haben sie halt nicht in Angriff genommen. Das fand ich persönlich schade, da hätten sie auf jeden Fall was machen können. C4 haben sie klar rausgenommen. Also viele haben ja gesagt, C4 soll raus. Das war doch in Ordnung. Dann MG soll raus, haben sie auch gemacht. Und jetzt gibt es ja nur eine MP. Die können nur eine MP mitnehmen, die Double Pistol oder sowas. Und ich gehe mal sehr stark davon aus, dass auf jeden Fall demnächst auch die Double Pistol aus dem Spiel entfernt wird. Merkt euch auf jeden Fall meinen Satz. Das wird safe vorkommen. Und ja, im Großen und Ganzen aber muss ich ehrlich sagen, der Start der Season 6 hat mich echt überrascht. Finde ich mal mega geil. Ich bin gespannt, wie das jetzt noch in Zukunft laufen wird. Wann jetzt offiziell das Halloween Event erscheinen wird. Das heißt, wann wir jetzt auch offiziell so ein Halloween Design bekommen werden. Da bin ich mega gespannt darauf. Weil normalerweise, wenn wir so ein Event haben, kommen ingame immer so Halloween Items, wie beispielsweise damals der Halloween Raketenwerfer. Normalerweise sollte dann die komplette Map umgeschmückt werden. Deswegen bin ich einfach mal gespannt, was da noch im Laufe den nächsten Tagen auf uns zukommen wird. Denn ich denke mal ab Oktober so, ja in der ersten oder zweiten Woche, sollte auf jeden Fall das Ganze schon mal angegangen werden. Das heißt, dort sollte dann wirklich die ein oder anderen Designs kommen oder das Event sollte endlich beginnen. In Rettet die Welt wird es dann auch wahrscheinlich ein geiles Event geben, wo wir auch wieder coole Charakter freischalten können. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, was wir da machen können und was da auf uns alles zukommt. Und in Großen und Ganzen, Leute, war es das aber auch schon hier mit meiner Meinung. Ihr könnt ja gerne natürlich eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben und mich gerne wissen lassen, was da so passiert oder wie ihr das so findet. Das würde mich natürlich mega freuen und dann würde ich mich dann aber auch schon verabschieden und wünsche euch allen natürlich einen angenehmen Tag und würde dann sagen, Leute, haut rein, geht mit dem Flow, euer Frips. Ciao! Euer Frips Euer Frips Vielen Dank.